Ich hab mich schon immer gefragt, ob man sich auf eine Fashion Show einschleichen kann. Ich bin gerade in Mailand. In Mailand ist die About You Fashion Week. Ich weiß, dass ganz viele Influencer auf dieser Fashion Week sind. Ich weiß nicht genau, ob ich Mode-Influencer bin. Ich meine, ich bin Influencer. Ich trage Klamotten. Eigentlich bin ich Mode-Influencer. Ich wollte mir unbedingt die Show von G-Star angucken. Stellt euch einfach mal vor, euer Girl in der ersten Reihe. Die haben sogar richtig echte Drohnen. Ich hab mir also genau überlegt, wie ich mich da irgendwie reinschleiche. Auf einmal kam der Anruf des Tages. Mein Management hat mich angerufen und gemeint, dass About You und G-Star mich einfach eingeladen haben. Die Fashion Show war so krass. Ich hab danach noch Fotos gemacht. Versucht, wie ein Model auszusehen. Denn die Jacke ist auch von G-Star.